Wahre Freundschaft schweißt zusammen. Ich bin bei dir, bei jedem Schritt fülle ich nach. Doch jeder Vertrauensbruch. Ich wusste nicht, dass sie deine Frau ist. Sie hat ihrer besten Freundin den Job weggeschnappt. Hat schwere Folgen. Es gefällt dir nicht, was ich dein Boss bin? Dann lass dich versetzen. Freundschaft oder Karriere. Du kannst so lange wütend auf mich sein, wie du das möchtest. Ich bleibe trotzdem deine Freundin. Die neuen Folgen Seattle Firefighters. Immer mittwochs, 21.15 Uhr. ProSieben. Oder kostenlos auf Join.